So, wir sind angekommen an der Messe und wir hören hier schon wieder Musik und was machen unsere Mädels? Die haben wir doch gerade eben noch gesehen bei den Proben. Was ist hier los, Schatzis? Wir machen uns schön. Schön für unseren Benni, ne? Natürlich. Aber ihr seid doch sonst immer schon so schön. Habt ihr euch schon was angeguckt? Ja. Okay, wir wollen noch nichts wissen. Wie ging der ich runter? Diese hübsche Bühne. Ganz aufgeregt. Also, Schnatti, wie nochmal? Wie hast du gesagt? Tschüss! Okay, wir sind gespannt. So, Lieben, jetzt gehen wir einmal runter und gucken uns die Bühne zum ersten Mal. Ja, ich weiß, guck mal meine Jacke. Juhu! Ja! Geil! Geil! Machst du den nicht? Doch, doch, doch! Doch, doch! ... ... Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Ja. Bis bald. Okay. Okay. Okay.